Wir haben eine riesige Kackmannschaft hier gesehen. Eine Kackmannschaft? Eigentlich sind Wasser. Ja, eine Frage an euch beide. Vorbereitung ist in vollem Gange. Ihr seid mittendrin. Wie geht's euch? Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin wieder fit. Hab wieder Bock mitzumachen. Vorbereitet euch auch ganz gute Spiele. Bis jetzt haben wir alle gewonnen. Macht Spaß. Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Bisschen Probleme mit meinem Sprunggelenk, aber ich hoffe, dass nächst 40 Tage bis zum Sonnenstart. Ja, wir können eigentlich ganz zufrieden sein mit der Vorbereitung. Also aus den letzten Jahren mit dem Kunstrasen haben wir jetzt mega viele Möglichkeiten. Fällt kein Trailer so oft aus. Man muss nicht in der Halle. Das ist schon sehr positiv und das sieht man auch direkt an den ganzen Passführungen. Und das ist echt schon eine Bereicherung, wie gesagt. Vorbereitung ist der Platz. Ja, man hat ja Timo auch schon in die nächste Frage eingegriffen. Wie die Vorbereitung bisher lief. Ist was verändert worden? Die Möglichkeiten mit dem Kunstrasen, wie ihr die Dinge empfindet? Ja, hat Timo auch schon gesagt. Es ist natürlich eine super Möglichkeit mit dem Kunstrasenplatz. Einfach viel mehr Trainingseinheiten, auch im Winter. Immer einen guten Platz da. Passiven kann man mit der Spielformen. Ist auf jeden Fall eine Erleichterung und eine Vorbereitung. Okay, die letzte Frage vorm Spiel. Neben den 1. FC Bocholt und Real Madrid. Welches sind denn sonst noch eure Lieblings-Teams? Ja, ich bin Schalke-Fan. Schon immer. Seit klein auf. Ich habe mich da irgendwann für entschieden. Und da will ich auch immer so bleiben. Ja, das gibt nur einfach einen. Neben FC Bocholt. Eintracht Frankfurt-Fan. Ganz einfach, mein erstes Bundesliga-Spiel. Das habe ich gesehen in Güling. gegen Eintracht Frankfurt. Und seitdem die Fans fand ich extrem geil. Jetzt geht's. Pass auf die Ausfahrt. Schalke, danke. Ach, warum denn so wenig, ey? Noch mal, dreimal Kreis. Boah, ey. Rot. Wenn da kein Rot ist, ne? Ja, ja. Ja, klar. Die Ziele für die Rückrunde, für dich persönlich und für dein Team? Ja, persönlich natürlich. Zum Stammpersonal zu gehören. So viel wie es geht zu machen. Buh! Jetzt? Ja, zum Stammpersonal zu gehören. Ja, schön. Wir haben zwei weitere Talente hochgezogen und auch frühzeitig ins Training eingebunden mit Peter Mayer und Mario Sturm. gerade aus der U19 hoch. Wie kann man von deiner Seite auch den Talenten weiterhelfen? Ich kann Ihnen natürlich insofern weiterhelfen, dass wenn Sie vielleicht Fragen haben, wie da bei dir alles war, bei mir ist es ja auch gerade das letzte Jahr her, dass ich natürlich beantworte. Dann freust du mich so drauf. Das natürlich beantworte, aber auch an sich werden die Jungs auch von den erfahrenen Spielen natürlich super aufgenommen und sind immer ansprechbar für die gerade aus der U19 hochbekommenen Spieler. Ja. Der Vertrag wurde über die Saison hinaus verlängert. War es eine leichte Entscheidung? Das war eine ganz einfache Entscheidung. Also für mich? Aber einen Moment. Ja, für mich war es eine leichte Entscheidung. Also ich arbeite in Wissseldorf, wohne in Duisburg, viel Fahrerei, aber ich spiele auch wirklich Fußball, um mit Freunden die gesamte Zeit zu verbringen. Ich habe hier ein perfektes Umfeld. Meine Familie wohnt im Bauholz, ich verbringe sowieso viel Zeit im Bauholz und bevor ich irgendwie nach Duisburg oder nach... keine Ahnung, wohin wechsle und die Voraussetzungen findest du jetzt sonst in der Region nicht, mit so viel Entwicklungspotenzial, warum soll ich dann wechseln? Also das war eine ganz andere Entscheidung. Kann ich einfach so sagen. Und als gut Bauholzer ist man ja froh, die Stadt auch zu repräsentieren. Und das ist der Vorzeuge-Glub. Schau mal. Eiiiih... Eiiiih! Eiiih! 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 Ohne Scheiß. Verlierte Führung. Absolut verlierte Führung. Guck dir die Spielerteile an. Gibt's da so eine Zwischenfahrtie? Halt und ich gehört, dass ihr ein Spielentscheidet habt. Ja, guck mal. Du hast doch nicht mal einen Riesen-Hohr. Oh, wie hängst du noch rausgekommen? 2-0, jetzt kommen wir runter. Ja, mit 27 Jahren, Timo, gehörst du ja schon zu den erfahrenen Spielern im Team. Du hast ja schon eine oder andere Oberliga hinter dir. Was glaubst du, woran liegt es, dass in dieser Saison die gesteckten Ziele... Das ist Effektivität, das ist Effektivität. Den haben wir auch, ey. Mal wiederholen oder den letzten Teil nochmal, ne? Also, was glaubst du, woran es gelegen hat, dass die gesteckten Ziele in der Redenrunde so und nicht erreicht wurden? Das ist eigentlich, also aus meiner Sicht ganz einfach zu erklären, teilweise die Unruhe, die herrschte. Ja, reicht ja. Jeder weiß, was ungefähr passiert ist. Es war ein Riesenumbruch. Ich weiß nicht, wie viele Spieler wurden geholt. Die erstmal zu integrieren, recht schwierig. Dann haben wir es nicht verstanden, ein Team richtig zu werden. Das, was auch in der Vorbereitung perfekt angekommen ist, ist einfach, dass der Teamgedanke auch wieder am Mittelpunkt steht. Dass wir selber gemerkt haben, dass wir über das Team kommen. Es gibt so viele Vergleiche, Handball etc. etc. Da sieht man einfach, dass alles auch über das Team geht. Und diesen Gedanke, den haben wir in der Innenrunde teilweise nicht berücksichtigt. Und da müssen wir uns auch selber in der eigenen Nase fassen. Vielleicht geht es an der Statistik verbessern. Aber im Grunde sind wir jetzt auf einem richtig guten Weg. Ja, wie gesagt, Vorbereitung läuft super. Und ja, ich hoffe, dass es dann so weitergeht und dass wir immer noch mehr weiter über das Team gehen. Und ja, dann eine bessere Grundrunde spielen als die Hinrunde. Gutes Spiel bisher. Die 70. Minute ist um. Es steht 2-1. Wenn man die Statistik beachtet, bin ich ganz klar vorne. Ne, was denkt ihr? Wie geht das Spiel aus? Komme ich zurück oder gewinnt der Jungspund? Schreibt einfach unten in die Kommentare, wer gewinnt. Und was könnt ihr gewinnen, wie durch der Jan-David? Ihr könnt zwei Karten für die Partie gegen TSV Mehrbusch gewinnen. Wenn ihr gewinnen wollt, dann schreibt meinen Namen in die Kommentare. Ja. 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 Ja.